So liebe Leute, ein herzliches Willkommen, euer Van Bergen am Mikrofon vor einem Thriller, Grusel, Schocker, Horrorspielchen. Eigentlich gar nicht in meinem Genre, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe ein tierischer Schisser, was auch Horrorfilme angeht, sowie auch Bücher etc. Ich bin niemand, der sich ganz gerne erschrecken lässt oder sich auch die Nacht versauen lässt durch krasse Horrorfilme oder so. Auch bei Kinofilmen mache ich immer einen großen Bogen drum. Aber ich würde euch ganz gerne gemeinsam mit hier auf diese Reise nehmen, durch ein Spiel, was mir empfohlen worden ist natürlich, zum einen vom guten Pac-Man, aber auch von euch gebeten wurde, auf Facebook-Nachrichten bzw. private Nachrichten und ich würde ganz gerne auch häufiger eure Wünsche so ein bisschen versuchen zu erfüllen, die ihr ganz gerne von mir sehen möchtet. Also, wir fangen an, das Spiel ist auf Deutsch, ich habe die deutsche Übersetzung heruntergeladen, wenn ihr wissen möchtet, wie das funktioniert, in der Videobeschreibung ist ein Link dazu. Das Spiel selber habe ich von Steam und ich würde sagen, wir fangen einfach an, es muss ja irgendwann mal losgehen. Neues Spiel, okay. Das ist noch nicht übersetzt, sehe ich gerade. Use the arrow keys or WASD to walk, das kann ich auch noch ganz gut, ja, ganz gut selber übersetzen. Look around using the mouse, also umherschauen, denn eben mit der Maus. Hier unten sehen wir bei den Menüs, okay, da ist es schon Deutsch und dann mal Start Loading. Okay, eine Kassette, die sich dreht, das soll der Ladebildschirm wahrscheinlich sein. Okay, sie hört auf, sich zu drehen und das erste Bild erscheint gleich. Okay, the Fulbright Company presents. Hi Mom, so I got my ticket home from Europe. I get back on June 6th, but it's a really late flight, so schnell kann ich aber nicht lesen, meine Beste. Aber keine Sorge, ich nehme meinen Bus vom Flughafen, also musst du mich morgen nicht abholen. Also wirklich ganz ehrlich, hab dich lieb, bis bald. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen schneller lesen. Sie kommt auf jeden Fall vom Flughafen zurück, hab ich jetzt verstanden. Sie muss nicht abgeholt werden, sie kommt selber, ähm, zurück nach Hause. Run home. 7. Juni 1995, 1.15 Uhr in der Früh, also nachts, natürlich. Ah, hier wären wir, das ist mein, mein Gepäck, okay. Craft Cat, was hier steht da? Caitlin? Ah, Caitlin Greenbrier, Portland, Flug 270, 6. Juni 1995. Alles klar. Ich kann mal ein bisschen umschauen. Das ist so ein kleiner Vorgarten hier anscheinend. Die Tür kann ich nicht öffnen. Dieser Blur-Effekt ist ja krass, wenn man sich so umschaut. Das Licht ist defekt. Okay, ähm, öffne die Tür. Ah, da haben wir auch schon die erste Nachricht. Katie, es tut mir leid, aber ich kann nicht da sein, um dich zu begrüßen. Es ist unmöglich für mich. Ich bitte dich, versuche nicht herauszufinden, wo ich bin. Ich möchte nicht, dass es irgendjemand weiß. Wir werden uns eines Tages wiedersehen. Sorge dich nicht, ich liebe dich. Sam. Ähm, Katie war ich doch, oder? Caitlin, ja, Katie bin ich, aber wer ist Sam? Ist das der Vater? Okay. Verschlossen. Auch verschlossen. Das, was mir einfangen würde, wäre ein Blumentopf, ein Schlüssel. Ich habe aber keinen Blumentopf. Ich habe aber keinen, äh, ich habe keinen Blumentopf. Doch, Blumentopf habe ich. Oder unter der Matte. Ach, ich kann so heranzoomen. Ah, okay. Wie komme ich jetzt? Nimm Tasse. Zurückstellen. Da drüben. Lampe anschalten. Können wir das hier öffnen? Tür. Was haben wir denn hier? Nimm Weihnachtsgans. Drücke Right Mouse oder Left Shift, um ein gehaltenes Objekt näher zu betrachten. Bewege die... Ah, schaut mal, schaut mal. Okay, wir haben hier ein Preisschild. In der Klasse. 5,99 Dollar. Und wir haben... Was mache ich mit der Gans? Ah, schaut mal da. Ah, seht einmal an. Kann ich das hier... Kann ich die hier hinstellen? Ich kann sie hier fallen lassen. Da ist der Schlüssel. Hausschlüssel. Dem Rucksack hinzugefügt. Drücke 1 oder I, um den Inhalt deines Rucksacks anzusehen. Ich drücke mal 1. Ach, schau einer an. Dinge. Karte. Ach, ich bin gerade auf der Veranda. Da wäre das Foyer. Was haben wir denn hier? Passport. Das ist mein Reisepass. Den brauche ich für meine Reise nach Europa. Okay. Boarding Pass. Sicherlich vom Flugzeug, oder? Da sehen wir Departure Amsterdam. Also Abflugort Amsterdam. Zielort Portland. Transfer Cincinnati. Ah, da muss man umsteigen anscheinend. Passenger. Greenbrier, Caitlin. Flugnummer 270. Sitznummer 16F. Jetzt nichts Weltbewegendes. Wir können mal hier reingucken. Das ist unser Pass. Den können wir uns mal ein bisschen anschauen da drüben. Sehen wir aber nichts Besonderes. United States of America. Der normale Pass hat eben 73 geboren, so wie es aussieht. Doch nicht mehr ganz so jung, die Süße. Aber wir haben ja auch 95. Da ist sie noch relativ jung. Passport Agency. National Passport. Okay. Und den Haustürschlüssel. Tagebücher. Drücke. Um Tagebücher nochmals anzuhören. Also noch haben wir nichts drin. Okay, wir haben jetzt... Das Licht geht mir auf den Sack. Okay. Ich entriegele mal die Tür. Oh Gott, Leute. Ich komme da drauf nicht. Klar. Hallo? Hallo? Mom? Dad? Scheiße, Leute. Okay. Ich traue mich gar nicht, mit dem Rücken da hinzustellen, das hier anzugucken. Kann ich hier irgendwas sehen? Nimm ein Taschentuch. Ja, hier sehe ich überhaupt nichts. Ich kann ja die Tür mal zumachen. Das ist ja eigentlich mein Zuhause. Also... Versuch nicht, mich zu finden. Hat Sam geschrieben. Ich denke mal, Sam ist der Vater, oder? Ordner. Rechnung. Wellspring Movers in Rechnung. Terrence Greenbrayer. Empfänger. Aberhil. Liste der verschickten Güter. Kisten 8 für die Küche. Kisten 5... Okay. Kisten 6. Kinder Schlafzimmer. Kisten 10. Übergewicht. Bibliothek. Ja, okay. Die Kisten hatten Übergewicht. Ich verstehe. Ähm... Dennoch 4 Kisten für's Büro. Fernseher 1.24 und Fernseher 14. Weiter auf angehangenen Arbeitsblättern. Da. Wir zogen in dieses Haus. Ich bin in einer neuen Schule. Und meine große Schwester ist ein Jahr lang... Nee. Das macht... Das macht's nicht gerade einfacher. Das ist alles so unecht. Lass mich nicht ermutigen. Ich habe dir immer alles erzählt. Und wenn ich es schon nicht persönlich tun kann, weil du durch die Weltgeschichte reißt, will ich es dir in diesem Tagebuch erzählen. So. Als würde ich mit dir reden. War das jetzt meine Schwester? War das jetzt Katie-Schwester? Im neuen Haus. Dem Rucksack hinzugefügt. Okay, das war jetzt der Tagebucheintrag. Da schauen wir doch mal rein. Das ist er. 20. August 94. Hier sehen wir das nochmal. Liebe Katie. Okay, das ist ein Brief. Aber wo habe ich den jetzt herbekommen? Lag der jetzt unter diesem Ordner? Ich werde das so machen, dass ich diese Stimme erst ausreden lasse und das vielleicht nochmal nachlese dann im Detail. Ich denke mal, ihr könnt mir ganz gut folgen. Deswegen habe ich sie auch auf höchste Auflösung für euch hochgeladen. Damit ihr richtig eintauchen könnt. Genauso wie ich. Also ich muss ehrlich sagen, ich versuche hier ein bisschen das hier überspielen. Aber es ist schon... Ich schaue mal erstmal, was hier oben so drauf ist. Also... Was haben wir denn da? Das ist nichts, 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 nichts. Posted. Die Lampe habe ich schon angemacht. Schließe Schublade. Ist hier nicht irgendwas drin? Hier haben wir was. Notiz. Wegbeschreibung vom neuen Haus zur Arbeit. Okay, Flintlock, Nail, von Aberhill aus nach links. Links bei Graptree. Rechts bei Bullhorn. Abfahrt an der... Eingang auf der rechten Seite nach der Waage. Fahrzeit eine Stunde, 15 Minuten. Na danke. Und was haben wir hier? Die haben wir ein bisschen aufgemacht. Finden wir auch eine Notiz? Ne, scheint nicht so. Okay. Das heißt, wenn das... Wenn diesen Tagebuch meine Schwester mir geschrieben hat, dass sie im neuen Haus sind. Das heißt, das ist ja nicht mein Elternhaus, wo ich groß geworden bin als Katie, sondern... dass das hier... auch mein erster Besuch ist. Okay, hier finden wir... Klamotten. Ich steh mich einfach schon... So am ersten Tag stell ich mich sofort hier in so einen Kleiderschrank, ey. Was steht denn da drauf? Takama County Waldschutzbehörde. Janice Greenbrier. Leitende Naturschutzbeauftragte. Das könnte meine Mutter sein. Schaut mal, auch vom Alter her. Passt das ganz gut. Zieh hier Schnur. Ähm... Ja, hier ist nichts drin. Nimm Brettspiel. Drücke das over the Alps. Über den Alpen. A novel traveling game. Okay, alles klar. Für zwei bis sechs Spieler. Ein bisschen angefeuchtet, aber... Ja, packend ist das jetzt nicht, ne? Das ist ein scheiß Wetter. Wenn ich jetzt einfach hier so lange stehen bleibe, bis es Tag wird, sollte doch eigentlich das Haus dann beleuchtet sein. Aber ich denke mal, das ist nicht so vorgesehen. Habt ihr das gehört? Gottes Willen, Leute. Ich sag euch. Warum bin ich so ängstlich? Licht. Oh mein Gott. Handtücher. Magazin näher betrachten. Okay, man sieht jetzt nicht. Stephen King kritikt die Kunst des Feedback. Veröffentlicht werden. Das Geheimnis. Die leere Seite, wie 20 Top-Autoren sie überwinden. 50 Wettbewerber mit bis zu 21.000 Dollar wertvollen Preisen. Naja, das ist aber nur Magazin. Toilettenpapier mal wieder. Uh. Soft Plus. Quiltet for extra strange and absorbency. Ich verstehe. Vier Rollen. Sehr soft. Wir schauen mal, was da oben drin ist. Ah, schauen wir mal an. Muss ich auch essen und trinken? Ach, das ist kein... Das wäre eine... Eine Jahr-Cola-Dose, dachte ich. Powder-Cleanse. Wax. Was haben wir hier oben? Quickfix. Okay, das sind aber nur... Pflaster. Noch mehr Pflaster, oder? Quickfix, Quickfix. Nee. Okay. Können wir hier... Handseifen. So. Können wir die aufdrehen? Oh ja. Hm. Können wir auch aufs Klo gehen? Okay, ich würde sagen, wir trauen uns mal ein Stückchen weiter, oder? Was haben wir hier? Die Klo-Bahn. Was ein scheiß Wetter. Sam? 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 Sam, wo sind Sie? Ich bin wirklich... Ich bin zu sprechen. Ich bin da. Ich bin da. Hi, Mom. So, ich habe mein Ticket nach Europa. Ich bin zurück auf June 6, aber es ist eine sehr lange Zeit, weil das war die größte, also es ist in der Mitte. Aber keine Angst, ich bekomme einen Shuttle aus dem Flugzeug, damit Sie mich nicht holen müssen. Wie, wirklich ernsthaft. Du musst nicht holen. Okay, also... Ich liebe dich. Tschüss. Tschüss. Warum rufe ich nicht einfach die Cops an? Also meine Nachricht war die letzte Nachricht. Und davor habt ihr es gehört, ähm... Aber irgendwas krasses. Irgendein... Ich weiß, warum ich das nicht mag. Ich weiß... Warum mache ich es dann? Was haben wir denn da drin? Einen Filzstift. Was ist das denn für ein Geräusch? Hä? Oh, Leute. Lies Reiseplan. Ja, ist ja nichts drin, oder? Ah, doch. Hier geht es weiter. Flug 881, 12.10 Uhr nach Amsterdam. Katies... Mann, sei ruhig da draußen! Sie haben... Sie haben... Sie haben... Ich sehe es hier unten, sehe ich es ein bisschen, ähm... Dass sie es... Notiert haben, wann ich komme. Aber 881 war doch nicht mein Flug. Mein Flug war doch 270. Oder, Leute? Wir gucken nochmal kurz rein. Boarding Pass. Flug Nummer 270. Gate 72B. Wie kommen die da auf Flug 881? Was haben wir denn noch drin? Filzstift? Nee, ist nicht mehr. Nee, mehr ist hier nicht. Und da unten? Boone Country. Boone Country. Kann ich nicht aufheben. Okay, ich würde sagen, ich gucke mir das mal an. Hier, da ist Sam. Okay. Das da oben bin ich. Das ist meine junge Schwester, meine Mom und mein Dad. Sam, Katie, Mom. Ach, Sam ist meine Schwester. Mom ist Jen und Dad ist Terry. Baby. Und Sam hat an die... Warum hat Sam dann an die Tür geschrieben, dass ich nicht nach ihr suchen soll? Was zum Henker? So groß kann das scheiß Haus noch nicht sein. Licht. Hallo, hallo. Wie groß ist denn dieses Haus? Hier will doch keiner wohnen in so einem Riesenhaus. Drücke 2. Ach, hier bin ich jetzt. Okay. Hey, eine der Postkarten, die ich geschickt habe. Paris. Hi, Mom. Hi, Mom. Dad und Sam. Ich bin in Paris. Ich habe viele Pariser Dinge gemacht. Inklusive dem Essen eines Petit-Déjeuner und dem Tragen einer Baskenmütze. Ich habe viel Film zum entwickeln, wenn ich wieder da bin. Sam, ich bringe dir etwas aus der Shakespeare Book Company mit, wo du doch meine Lieblingsschwester bist. Hab euch lieb, Katie. Was haben wir noch? Wieder irgendwelche Schubladen. Okay. Ähm. Nimm Kartenspiel. Bringt mir ja nichts. Stift bringt mir auch nichts. Lies Nachruf. Okay, das können wir uns mal durchlesen. Mr. Masan wurde am 8. September 33 in jenem Haus geboren, das bis zu seinem Tode sein Zuhause bleiben sollte. Er erwarb seinen Pharmazieabschluss in jungen Jahren und kehrte nach Woon County zurück. Schnell wurde er eine allseits beliebte Persönlichkeit. Im Herzen der Gemeinde in den Jahrzehnten vor seinem Tode wurde er nur noch selten außerhalb seines Hauses gesehen. Eine Andacht wird diesen Sonntag in der First Methodist Church um 13 Uhr stattfinden. Jeder ist willkommen. Seine Nachkommen umfassen seinen Neffen Terence... Ah. Terence Greenberry, mein Vater. Der hieße Terry. Und das ist dann Terence Greenberry, ebenso wie im Geiste die Menschen von Boone County, denen er stets wohlbefinden und Trost spendete. Das Haus ist geerbt. Das Haus ist also geerbt. Schließeschublade. Was haben wir da drüben? Noch ein Foto. De Soto. Wer ist das? Wer ist denn in so einer Uniform? Das bin doch nicht ich, oder? Ah. Dahin. Hm. Was denn da für ein Licht? W-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M... Sorry. Notiz. Willkommen, neuer Schüler. Wir hoffen, du freust dich genauso auf deinen ersten Tag an der Godfellow High School wie wir. Bitte bringe die folgenden Dinge an deinem ersten Tag mit in die Klasse, damit du gleich und mit Elan loslegen kannst. Ein stabiler Ordner mit Unterteilungen für jedes deiner sechs Fächer, ein geniertes Schreibheft pro Schulfach oder ein großes Schreibheft mit sechs unterteilten Abschnitten, mindestens sechs Stifte, blaue oder schwarze Tinte und sechs Bleistifte, eine Schachtel mit Farbstiften, ein Standardzahnschloss für deinen Spind, ein nahrhaftes Mittagessen oder 2,50 Dollar für ein Mittagessen der Schulkantine. Eine positive Einstellung. Bitte sorge dafür, dass du in der Nacht davor genug Schlaf bekommst und sei bereit für das erste Klingeln um 8 Uhr. Bis dahin und nochmals Willkommen, Beth Valens, Direktorin. Wenn ich jetzt Text drücke... Ah, ich kann den Text ein- und ausschalten, ist ja cool. So können wir das noch ein bisschen besser lesen. Gut, dass ich das mal rausgefunden habe. Das hat mich nämlich ein bisschen gestört, dass man die grundsätzlichen Sachen gar nicht gesehen hat, wie sie wirklich aussehen. Okay, haben wir das. Sam's Tagebuch, erst der Schultag. Du bist so glücklich, dass du in der Schule gewonnen hast, bevor wir in dieser Haus gewonnen haben. Also, es ist der ersten Tag der Schule. Und da bin ich, mich zu der Klasse. Und ich sage, dass ich in der Haus gewonnen habe, auf Arbor Hill. All of a sudden, jeder Kind in der Klasse schreift und schreift, wie ich plötzlich in einem Mutant transformiert habe. Ich stand da, mich ziemlich schwer für ein Rewind-Button. Weil jetzt vielleicht niemand weiß mein Name, aber sie alle wissen, wer ich bin. Die Psycho-House-Girl. Das Psycho-House-Girl. Ihr habt's, ich hoffe, ihr habt ein bisschen mitgelesen. Es ging darum, dass sie den ersten Schultag verbracht hat. Und nachdem gesagt wurde, wo sie wohnt, wussten alle sofort, okay, sie wohnt eben in diesem Haus. Sie ist gerade frisch hierher gezogen. Und ja, also, stereotypischer geht's doch kaum, oder? Ich muss mich ein bisschen... Okay, wo sind wir? Hier. Ich will jetzt gucken, was ein Licht das ist. Ich muss mich ein bisschen trauen. Also, es bringt ja alles nichts, wenn ich nur rum... Im Fernseher. Okay, die wurde aufgegessen. Am liebsten würde ich mir ja... Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich es so erkunden müsste, würde ich mir auf jeden Fall Kopfhörer aufsetzen und mir irgendeinen lustigen Song reinhauen. Und dann durch das Haus marschieren. Dann wisst ihr, was ich meine. Also, ne, so per iPod halt eben irgendeinen Lieblingssong reinknallen und dann mal gucken, wo die Leute sind. Nies TV-Programm. Wir gucken erstmal, wie es aussieht grundsätzlich. Die X-Files haben sie sich angeguckt am Freitag um 9.25 Uhr. Ah, abends, okay. Alles klar. Also, das war eine tolle Serie damals, die Akte X. Ähm, 95 rum, passt ganz gut in der Zeit. Das war damals wirklich so. Okay. Hier haben wir es. Und Akte X war dann eben besonders markiert. Sehr gut. Ähm, Taschentuch brauchen wir nicht. Was haben wir denn hier noch rumliegen? Wieder Stifte. Soll ich mir die ganzen Stiften? Der Untersetzer. Was haben wir hier? Lies einen Brief. Wir gucken erstmal rein. Hi Terry. Okay, das ist ein Brief an mein Dad. 8.15. August 94. Wir sind ja schon 95. Also, ein Jahr alter Brief. Lesen wir mal. Hi Terry. Amba eine Pioneer CLDD703 Einheit mit Fernbedienung und Kabel. Wir brauchen einen halbseitigen Test für die Oktober-Ausgabe. Damit hast du ca. zwei Wochen Zeit bis Redaktionsschluss. Standardzeug wie dein Test zum sowieso. Es ist ein Kombi-Abspieler. Also, prüfe die CD-Funktion mit ein paar Disks. Und auch die Laserdisc-Funktion. Und die wollen, dass wir auch den Signal zu Rauschabstand abhandeln. Und Tostling-Zeug für die Luxuskäufer. Freue mich auf deine Einschätzung. Genieße das Gerät. Alles klar, ich verstehe. Der Dad ist also ein Elektroniktester und Redakteur. Aber wo ist die Einheit? Den hat er doch hier angeschlossen. Das sind Filme. Drücke C oder CTL, um zu kriechen. Das passt mir ja gar nicht. Was steht denn da? The Dark Crystal. 2001. The Dark Crystal. 9 Stunden. T-120. Was steht hier? Akte X. Season 1. Episode 18 bis 21. Was haben wir hier? VS-Filme. Aber wo ist denn die Einheit? Der ist ja gar nicht da, der Rekorder. Der musste noch hier gewesen sein gestern. Limodo. Was ist denn hier in dem Sesselkissen? Wegschmeißen. Ach, ich verstehe. Haben die sich da drunter versteckt oder was? Schaut mal, der sieht so aus, als ob man sich da unten drunter versteckt hätte. Also Decke oben drüber und dann so eine kleine Höhle gebaut für die Schwester vielleicht, hä? Und jetzt soll ich Poltergeist-Buch. Ja, sonst ist alles klar, ja? Spuk und Poltergeister. Poltergeist and Hauntings. Finde die Wahrheit hinter der Geschichte. Schieß mich tot. Also das ist ein Buch. Was, mein Gott. Was haben wir denn hier? Making friends. Freunde gewinnen trotz Schüchternheit. Sam dachte, das könnte vielleicht helfen. Dad. Okay, feeling lonely. It's a piece of cake to make friends. Oh Gott, Mann. Hat sie keine Freunde gefunden. Oh. Okay, sie wollte Big Gold Star. Wollte jemanden kennenlernen und hat herausgefunden, dass die da Street Fighter spielen gehen. Okay. Kerze. Oh, und diese Kerze ist nichts. Okay. Oh, was ist das? Streikhalsschachtel. Aufgebraucht. Okay, die haben versucht den Kamin anzumachen. Kerzen, Kerzen. Okay, da unten scheint es auch noch ein bisschen was zu geben, Leute. Ich schaue mich nochmal ein bisschen um. Stift. Textmarker mal wieder. Aber wo ist der Videorekorder? Ein Anstecker. Was steht denn drauf? Brad Mobile. Okay. Ja, Gewitter, ich weiß. Du bist einfach nur dazu da, mir Angst zu machen. Scheiße. Fernseher anschalten. Severe Weather Warning. Western Region. Okay, das ist nur Sturmbarnung, mehr gibt's nicht. Wie können wir denn umschalten? Gibt's hier denn kein... So viel Umwärter kann doch gar nicht sein. Sonst wäre ich ja auch nicht hergekommen. Auf den Bildern ist nur... ...ein paar einfache Grafiken, nichts Besonderes. Wir könnten natürlich auch gucken, ob wir irgendwelche Bücher finden, aber das wäre wohl ein bisschen zu... Ah, Liesbrief. Wir gucken uns erstmal an, wie der aussieht. Terry. Von Mike. Do it, Mike. Okay, schauen wir mal rein. Ach, der Rekorder ist deswegen nicht da, das war ja letztes Jahr. Hey Mann, wie geht es dir? Ich weiß, du bist nun ein publizierter Autor und all das, all das. Aber mein Redakteur bei HiFi Aficionado hat derzeit zu viel Testmaterial herumliegen. Und er sucht nach einem zusätzlichen Freiberufler. Natürlich dachte ich gleich an dich. Du schreibst in deinem letzten Brief, wie sehr es dich Nerven gekostet hat, einen Verlag für dein neuestes Werk zu finden. Und Stereotests zu schreiben, ist kinderleicht. Sitze zu Hause mit einem Glas Scotch, höre dir ein paar Schallplatten an und schreibe auf, wie es klingt. Und dann wirst du bezahlt. Ein paar Ausgaben des Magazins habe ich dir als Beispiel beigelegt. Wenn du daran interessiert bist, schicke einfach ein paar Leseproben an meinen Redakteur und sag ihm, dein alter College-Kumpel Mike hat dich geschickt. Hier die Adresse. Ah, ich verstehe, okay. HiFi Aficionado Magazin Downing Street Shoot 4? Ich hoffe, man hat es richtig ausgesprochen. Ähm, Moment, da war noch was, oder? Das ist das Buch, das Dad geschrieben hat. Ach, der hat ein Buch geschrieben. Ähm, der Additional Savior. Der zufällige Retter. Ah, Kennedy, Mord. November 21, 63. Alles klar. Ähm. Ich wollte es nicht wegschmeißen. Sorry, Dad. Wir gucken noch mal ganz kurz drauf. Das war doch die Firma hier, oder? Dave. Ja, da oben sehen wir das. Wenn ich hier oben, sieht man den Absender. Da ist es. David Werning, HiFi Aficionado Magazin. Und habe ich also den Job dann doch angenommen. Okay, also mein Dad hat den angenommen. Können wir den Lüfter anmachen eigentlich? Ja, cool. Okay. Ne, hier drunten war nichts mehr. Ich muss mich jetzt ein bisschen... Dr. Jitters. Da habe ich schon Peppers gemeint, aber ist schon in Ordnung. Was ist denn hier? Wieder nur eine Abstellkammer. Viele Abstellkammern. Lies Geschichte. Handlung. Das Schildkrötenvolk. Teil 1. Der Himmel am Rand der Welt. Der Himmel. Okay, ich verstehe. Wahrscheinlich noch ein bisschen, äh, falsch geschrieben. Äh. Captain Allegra schaute auf den Ozean. Er ging ins Unendliche. Oder zumindest schien es so. Eines Tages würde sie den Rand finden. und von da aus ins Paradies gelangen. Plötzlich hörte sie Kanonen donnern. Wumms. Es war das schwarze Piratenschiff. Sie schrie. Ich dachte, wir hätten sie an der Pferdeinsel abgehängt. Der erste Offizier sagte, scheinbar haben wir uns zu früh gefreut. Das schwarze... Das schware... Okay, ist absichtlich falsch geschrieben. Das schwarze Schiff kam über die Seite näher. Captain Black. Höchstpersönlich kam an. Deck des schwarzen Schiffs. Er rief zu Captain Allegra. Du wirst nie den Rand finden. Es gibt kein... Es gibt kein Paradies. Und dein Vater war ein Lügner. Captain Allegra schrie zurück. Warum verfolgst du uns dann noch immer? Dummkopf. Der erste Offizier rief darauf hin. Wir werden... Wir werden dich aufhalten, Captain Black. Wir werden den Rand der Welt finden. Und du wirst erkennen, dass ihr Vater kein Lügner war. Das Gefecht ging weiter, bis Captain Allegras entkommen konnte. Nun nach Westen, sagte sie. Und das Schiff segelte in Richtung Sonnenuntergang. Nun will ich mal das ein bisschen anschauen. Das ist ja cool. Das ist ja richtig cool. Wie ist denn der erste? Das finde ich gut gemacht hier mit den Schildkrötchen. Da gibt es A plus für. Und dort nur ein kleines Kritzelbild. Stark. Bestimmt eine Geschichte ja wieder von mir oder von meiner Schwester Sam. Oh, was haben wir denn hier? The Time Machine. Fantastic Voyage. Top Gun. Klasse. Was haben wir hier noch? Ghostbusters. Labyrinth. Ja, ich würde ja hier mal ein Video nehmen, aber... Der Andromeda Strain. Airplane. Moonraker. Nicht Walker, sondern Moonraker. JFK. Ah, hier unten haben wir ein paar andere Filme. X-Files, X-Files. Season 1. Season 1. Ist ja geil. X-Files. Pilotfolge. Das ist auch cool. Clash of the Titans. Der kam doch erst ein bisschen später raus. Okay. Blade Runner. Directors Cut. Beetlejuice. Cool. Alles so Filme, außer jetzt Clash of the Titans kam doch erst später. Naja, aber ansonsten eine schöne Adaption Richtung 95 rum. Passt ganz gut. Okay. Ich bin ganz entspannt, liebe Leute. Hey, bist du das neue Mädchen, Sam? Ich bin Tommy, ich sitze ganz hinten. Winke mal, wenn du das erhalten hast und schreibe zurück. Hi Tommy. Ja, ich bin Samantha und ja, ich bin neu hier. Wie geht's? Ich dachte mir, dass du neu bist. Könntest du vielleicht einen Freund gebrauchen? Ich hab auch nicht viele Freunde und ich wollte dich mal was fragen, wenn es dir nichts ausmacht. Macht es dir was aus? Ja oder nein ankreuzen? Und sie hat Nein angekreuzt. Sehe ich es hier gerade. Umrandet. Nein, sterb mich nicht. Was willst du denn fragen? Wurde nur dein Onkel voll Psycho oder liegt das bei euch in der Familie? Oh, ist das fies. Ist das ein Arschloch, oder? Dann hat sie es auch zerrissen, ja. Mann, ey. Was ein Arschloch. Was ein Arschloch.